Kommunalwahl in Augsburg am 15. März 2020 215.000 Augsburger und Augsburgerinnen sind wahlberechtigt. Bei der Stadtratswahl hast du 60 Stimmen. Du kannst einfach eine Liste ankreuzen. Alle Kandidierenden auf der Liste erhalten mindestens eine Stimme. Oder du wählst direkt Personen mit zwei, drei oder einer Stimme. Du kannst Personen wählen, die restlichen Stimmen einer Liste geben und Kandidierende streichen. Nicht eindeutige Zeichen machen den Stimmzettel ungültig. Bei der Oberbürgermeisterwahl hast du eine Stimme. Kreuze einfach deine Favoritin oder deinen Favoriten an. Bitte informiere dich über die Kandidierenden und geh wählen. Du entscheidest für dich und deine Stadt. Auch bei der Oberbürgermeisterwahl hast du gibbern. Und wir sehen dich über die Kandidierenden und Hände in Kleidung. Vielen Dank.